Ich konnte nicht. Konnte. Ich musste zur Toilette. Ich konnte nicht. 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 Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Letzte Nacht schlafen. Ich konnte nicht lesen, als ich klein war. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollten nicht gehen. Wollten. Ich stand dort. Ich stand dort. Aber ich konnte nicht mit dir sprechen. Konnte. Sprechen. Ich konnte es nicht finden. Finden. Konnte. Sie konnten die Tür von außen nicht öffnen. Ich konnte die Tür von außen nicht machen. Es war so kalt, dass ich nicht schlafen konnte. Es war so kalt, dass ich schlafen konnte. Es war so kalt, dass ich nicht schlafen konnte. Ich muss zur Toilette. Ich wollte aussagen. 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 Worüber wolltest du mit mir reden? Ich etwas Essen wollte Er musste im November ins Krankenhaus . 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 Vielen Dank.